Wir sehen hier auf ein langes Format zwei Augen, die uns direkt anschauen. Auf der einen Seite in der Pupille sehen wir eine reflektierte Natur, die funktioniert, grüne Bäume, florale, also lebendige Landschaft und auf der rechten Seite sehen wir die Erde, dass sie brennt, also genau dieselbe Szene, dieselben Bäume in Flammen. Mein Name ist Eminen Svirtci, ich bin Urban Art Künstler und Kreativ Director bei Studio Eminent hier in Konstanz und ich hatte die Idee zu diesem Bild gemeinsam mit meinem Kollegen Fabian Florin und Chris Schepper entwickelt und gemeinsam haben wir die Idee jetzt hier in Konstanz umgesetzt. Ich bin gelernter Grafiker und bin vor zehn Jahren nach Konstanz gekommen, um Kommunikationsdesign Bachelor und Master zu studieren. Während meiner Masterarbeit zum Thema öffentliche Räume hier in Konstanz hatte ich den Gedanken, diese Unterführung auch durch urbane Kunst sozusagen aufzuwerten. So ist die Idee nach und nach entstanden. So habe ich den Kontakt zum Kulturbüro aufgenommen der Stadt Konstanz, die haben mir dann so die ersten Tipps gegeben, wie ich quasi vorgehen kann bei der ganzen Sache. Irgendwann war es dann soweit, dass wir ein grünes Licht vom Gemeinderat mitbekommen haben, zu unserer Freude und Augen zu Augen auf. Plötzlich drei Monate später stand ich quasi vor der Aufgabe, das Projekt umzusetzen. Da das Ganze bei dem Publikum, bei der Bürgerschaft, als auch bei den Pressevertretern ziemlich gut angekommen ist und positive Schlagzeilen gesorgt hat, überregional, als auch regional darüber berichtet wurde, haben wir gesagt, hey, warum das Ganze jetzt nicht im Zuge der Sanierung, der Marktstättenunterführung jetzt auch mal weiterdenken, auf einen neuen Level bringen, als einen Aufstellungsraum für Künstler sozusagen aufbereiten. Gerade jetzt auch vor allem im Zuge der Corona-Pandemie, dass man sozusagen einen Ort schafft, der Kunst im öffentlichen Raum, seinen wirklichen Raum bietet sozusagen. So haben wir jetzt den ersten Testrahmen mit Hilfe der technischen Betriebe und mit vielen Sponsoren, die uns jetzt Gott sei Dank dabei unterstützen, um den ersten Testrahmen umzusetzen. Jetzt haben wir das erste Bild hier entwickelt. Zu dem Bild kann ich noch sagen, dass Konstanz eine sehr internationale Stadt ist. Wir haben hier sehr viele Nationalitäten. Aus dem Aspekt heraus haben wir gesagt, okay, lasst uns das Wort Act Now in unterschiedlichen Sprachen auch wiedergeben. Wir denken, dass wir damit auch natürlich die Leute noch mehr erreichen können. Das ist sozusagen unsere Botschaft. Damit möchten wir auch etwas zurückgeben. Insgesamt wird es zwölf Holzrahmen geben, worauf die Künstler dann malen können. Wenn alles gut läuft und wir sozusagen bei den Planungen gut voranschreiten, dann soll es im Herbst 2021 das zweite Urban Art Event zum Thema Klimaschutz geben. Unsere Idee ist es, diesen Ausstellungsraum Urban Art Künstlern insbesondere zur Verfügung zu stellen, aber auch Künstlern jeglicher Richtung. Wir könnten uns durchaus vorstellen, mit Illustratoren zu arbeiten, die gewöhnt sind, in so einem großen Rahmen Bilder zu produzieren, aber auch regionalen Künstlern. Also da sind wir völlig offen. Wir wollen da jetzt nicht unbedingt Urban Art quasi nur im Graffiti-Kontext quasi das stattfinden lassen, sondern möchten auch den Rahmen öffnen, dass auch andere die Möglichkeit haben, diesen Raum für sich in Anspruch zu nehmen. Also da sehen wir auch den Mehrwert, weil gerade jetzt im Zuge der Corona-Pandemie brauchen die Künstler diese Unterstützung, die wir durch diese Galerie, Freiluftgalerie, eben zur Verfügung stellen können.